Oh, Fuß gestoßen. Alle Leute, willkommen zum neuen Video. Heute mal ein ganz anderer Anfang als sonst. Aber der Jonas, der ist ja jetzt gestern nach Koblenz gefahren. Ich bin hier in Berlin und wir haben uns ja gedacht, boah, eigentlich ist es langweilig, jeden Tag kein Video zu posten. Also machen wir es trotzdem. So, jetzt hat mir Jonas ein Video geschickt. Das habe ich jetzt gerade auf das iPad bekommen. Und er hat mir aber noch nicht gesagt, was das für ein Video ist. Ich soll es mir angucken, ich soll es abfilmen. Und das machen wir jetzt. Wir gucken jetzt quasi das Video gemeinsam und ich bin gespannt, was er da geschickt hat. Boah, ich würde nicht sagen, dass ich viel gegessen habe, aber ich habe echt ganz schön viel gegessen. So, auf geht's. So, jetzt geht's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.